Und ihr Puppe, hast du dich darum gekümmert? Klar, sie sind schon so gut wie frei, Appermint. Jetzt gibt es niemanden mehr, der mich noch aufhalten kann. Hi, hier ist Alex. Äh, hast du meine Nachrichten erhalten? Und ich will dich so gerne küssen. Hör auf schon! Alex, süß von dir, dass du vorbeischaust. Seid ihr nicht ein Paar? Ich hab seit einer Woche nichts von ihr gehört. Uh, Jessica hat Besuch. Das Timing ist grad nicht gut. Oh, okay, ist doch nur Alex. Wir sehen uns bald, okay? Klar. Spielzeugmagnat Philipp Appermint kommt frei, da alle Beweise gegen ihn verschwunden sind. Es braut sich was zusammen. Ich spüre es. Sieht er nicht genauso aus wie der andere Ninja? Ich sehe beschissen aus. So einen Stoff hat man nicht einfach so zu Hause. Es sei denn, man will damit am Valentinstag seinen Partner ersticken. Das ist ein großer Tag für mich. Wir müssen vor Ort sein, wenn er erklassen wird. Oh la la. Und die Lage ist er so gut. Da geht's schieß. Tschüss. Get clever with whatever there's to plateaus to pass. I hate still. Don't stop, it's time to move up for class. Foot in the gas is another hit smash. Wer zur Hölle bist du? Du bist so ein hinterhändiger Lebner. Wir befinden uns auf einer Mission. Und das vergisst du, sobald die Knutschtossi anruft. Du bist so ein mieser Freund. Ja? Und du bist ein mieser Ninja. So sieht's aus. Ihr seid enttankt, Bitches. Oh oh. Hey Ladies! Krämmt ihr mir den Rücken ein? Dann übernehme ich bei euch die Vorderseite. Ich gucke auch nicht hin. Der Rücken ist einiger Sein. Untertitelung des ZDF, 2020